ein herzliches willkommen hier mit dem trottel und empfanggeber und mir fickers sein name ich kann nichts dafür ja linken city spielt daheim es ist fünfter gegen vierter jedoch muss ein paris gut gestartet mit einem 4 zu musik noch keinen gegentreffer aber auch linken city gut gestartet die die rangers überraschend geschlagen haben natürlich ist das jetzt ein spiel wo man sich vorne positionieren kann und und Oh, das war ein süßer Schuss. Bei dem in vollen Einsatz. Oh, das war ein süßer Schuss. Alter was Schiri soll über zwei drüber steigen einfach. Oh, das war ein süßer Schuss. Ich finde auch einer, der sehr gut aufgefallen ist in den ersten Matches. Oh, das war ein süßer Schuss. Auf jeden Fall daheim wird es mein Spielbestimmender. Oh, aber Fehler. Oh, das war ein süßer Schuss. Wenn man auch Weltklasse, dass der daneben gegangen ist, Gott sei Dank. Oh, der Goalie bleibt drinnen. Oh, der Steh auf. Oh, schade. Oh, das war ein süßer Schuss. 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 Sechs Schüsse Paris, drei Schüsse nur Lincoln City. Aber aus dem Tor haben sie immer eines mehr abgegeben. So, man bleibt einmal unverändert. Oh, das war ein süß. Was war ein süßer Schuss. Das war noch vom Zweikampf, quasi gedrückt. Das war nicht schön. Große Bank. Ja, langes 0 zu 0. Wir haben dann 0 zu 0. Das würde sich bei uns bereichen. Lincoln würde auf der 5 bleiben. Gut, ja. Ich denke schon noch nicht so. Aber noch da. Der ist noch da. Marmelona. Jetzt. Oh. Oh. Jetzt wird das Arsch mit dem Zweikampf. Weil ich glaube, jetzt kommt der Pressball. Ja. Bei dem Pressball kann ich nicht drücken. Ja, und der Gegenzug ist drin. Aber was tut mir so im Pressball? Muss die warten bis... Ja, muss die quasi gleich Zweikampf annehmen. Ich glaube, beim Pressball ist ja kein Zweikampf. Nein! Trottel! Nein! Trottel! Ja! Alter! Alter! Gefickt euch! Echt! Fickt euch! gut gemacht! Gut gemacht! 2 zu 0 in Paris! 2 zu 0 in Paris! Dann würden sie sich auf Platz einschieben. 3 zu 0 in Paris. 1 zu 0 in Paris! 2 zu 0 in Paris! 3 zu 0. Ja! Danke! Nein, du! Das ist ein Fehler! Es wird ein Fehler, aber du hast es. Ein Fehler mit mirzu... Gescheißen, Alter. Was war da jetzt wieder? Alter, der war gar nicht beteiligt. Gefick dich doch, Alter. Boah, Alter, war nicht gut. Okay. Ja, jetzt ist er doch drin. Polo Branca, 5 Meter. Aber jetzt muss aber doch einstecken. Das will ich auch meinen. Alter, du bist ein Trotto, Lofuncic. Du bist der dümmste Spieler, Alter. Oh. Aufsatz. Aufsatz. Den hätt er machen müssen. Oh, da braucht eh keiner hin, da braucht eh keiner hin, wichtig, ach man, scheiße, kurzes Lastspiel, sieht auch noch gut. Ja, Paris bleibt bald und ohne Gingrecker, in der Liga umgeschlagen, der Linke schiebt hier auf Platz 6 zurück. Ja, er ist erobert, jeder bei den Spitzen. Wahnsinn, hätte nicht gedacht am Anfang, dass die Pariser so stark sind. Ja, er ist ein großer Anteil an diesen Konoplanca. Ja, da, vierte Minute, die erste große Möglichkeit von... Das drückt nämlich. Ja, drücken. Danke. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Match. Bis dann, haut rein, mach's gut. Bis dann. Ciao, Papa. Ciao.